Die Menschen hier haben offensichtlich noch nicht wirklich Bock auf Weltkrieg und deswegen braucht man jetzt irgendeinen Grund und der lässt sich mal wieder in Chemiewaffen finden, denn die USA sorgen sich jetzt darum, dass die Russen in der Ukraine Chemiewaffen eingesetzt haben könnten. Dabei ist das, also der Einsatz von Chemiewaffen durch irgendwelche schlimmen Diktatoren schon immer die Mutter aller Lügen gewesen. Es ist nur vier Jahre her, da gab es in Syrien einen angeblichen Chemiewaffenangriff. Diese Bilder gingen dabei um die Welt und die sorgten dann dafür, dass es zu Vergeltungsschlägen durch die USA, durch Frankreich und Großbritannien kam. Nur wenige Monate nach diesem angeblichen Chemiewaffenangriff erklärte dann ein BBC-Produzent, der zu dem Zeitpunkt in Syrien vor Ort war, dass diese Szenen im Krankenhaus komplett gefaked waren. Zu dem Zeitpunkt der Vergeltungsschläge gab es aber keine Nachweise irgendwelcher chemischer Substanzen durch Chemiewaffen, sondern nur diese dramatischen Bilder. Aber die waren wie gesagt gefaked. Das heißt, wegen Fake-Bildern hat man dann Krieg gegen ein Land geführt und das war auch nicht das einzige und auch nicht das erste Mal. Ein weiteres krasses Beispiel dafür ist der Irakkrieg. Die USA haben im Irak Weapons of Mass Destruction vermutet und deswegen den Irak angegriffen. Und zwar nicht mit irgendeiner Munition, sondern selbst mit 100 bis 200 Tonnen Uranmunition. Das heißt, weil sie angeblich Massenvernichtungswaffen vermutet haben, haben sie selbst mit Massenvernichtungswaffen dieses Land angegriffen. Die Massenvernichtungswaffen, die die USA allerdings dort vermutet hatten, konnten nie gefunden werden. Ja und ausgerechnet den USA sollen wir vertrauen, dass sie herausfinden, ob die Russen in der Ukraine Chemiewaffen eingesetzt haben. Wen wollen die eigentlich verarschen? Das Endergebnis davon wird nur sein, dass wir alle in einen Krieg reingezogen werden, ohne dass es mal wieder irgendwelche Beweise dafür gibt.